Das ist ja genau der Punkt, was wir machen könnten mit der Sustainability. Ein Anfang von Sustainability fragt sich, wie man ein System ist, ein System zu entwickeln, ein System zu entwickeln, ein System zu entwickeln. Und dann starten wir, stattdessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.